Happy Birthday, Stacy Brown. Happy Birthday, Mihir Dey. Happy Birthday, Werner Philemon. Happy Birthday, Rafiki Shan Kurma. Happy Birthday, Jagadish Kurma. Happy Birthday, Sijam Sijam. Happy Birthday... Okay, und wie erst wollen wir geklaut? Battle Royale, Battle in Style. Und wie mein? Gut, abkampieren. Dann wir folgen gleich. Ich denke ich noch nicht mehr. Ich probiere eine andere Ecke aus. Ich bin erst gleich sauerlange. Zum Beispiel hier nach oben ab oder da ab. Und jetzt... Da bin ich auch schon mal. Da bin ich auch schon bei mir schon. Ich springe mal zur Ruine runter. Das war auch die Ruine, oder? Mortar Ruins? Ja, steht ja Ruins da unten. Ich glaube hier habe ich noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ops, nein. Ich weiß es nicht. So. So. Schraubf wir heute mit der Steuerung ein bisschen besser zu Recht kommen als gestern. Das war zwar nicht hier so allzu schlimm gestern gewesen. Aber das soll alles verkleinert werden. Da unten ist Geld. Dann gehen wir noch dahinter. Das war schon was da, nicht? Oh ja, heil. Wo seid ihr schon? Ja. Was ist denn jetzt hier los? Vielleicht dauert es doch noch ein bisschen länger, bis ich mich an der Steuerung gewöhne. Ich habe es dünn gemacht. Das heißt, es muss hier irgendwo was angezeigt werden. Nein. 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 Oh, dass ich gerade bewechselt habe. Aber hochladen, alles einsammeln. Oh, ich wollte gerade die Truhe öffnen. Dann muss ich jetzt den Halt reparieren. Dann gibt es einen gelben Streifen. Einmal da und da. Ob den da werden wir nicht kriegen? Das wird noch ein klein Buch sein. Ganz schön. Hmm. Oh. Double kill! Triple kill! Triple kill! Was muss eigentlich? Ah. So. Kätze? Was ist denn das? Die vier. Okay. 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 What the hell? Okay. 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 es ist am kleinen hier, meine Güte Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Oh, that's so cool. Okay, okay. Okay. Okay, 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 okay. Okay. Okay, 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 okay. 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 Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Erstmal in das Haus hier rein rein. Da ist was ich sammeln kann, hoffe ich. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Wo laufe ich denn hin, was steht denn da? 80 Kilometer Port City, 50 Kilometer Trainstation. Irgendwie ist das so ein bisschen im Haken hier. Ich glaube, ich muss die Einstellung runterschrauben. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Guck mal, da geht es hier immer nur so sackenweise rüber. Ja, das ist voll eklig. Kann man das so sagen, dass es eklig ist? Entweder hat es Lila geleuchtet, erfährt das ein Schlüssel oder eine Truhe. Ich glaube, ich habe hier Einstellung von Lila geleuchtet. Oder war schon der Baum gewesen. Ach, der Baum war das. So, nachher werde ich die Durchqualität mal runterschrauben. hoffen, dass er dann nicht mehr so rastermäßig durchhakt. So kann man ja nicht mehr richtig zielen. Oh, Stefan ist genau daneben, zack, 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 zack. Den treffe ich ja dann gar nicht. Was meinte ich? Ich treffe doch gar nicht richtig. Ach, schlimm sowas. Na gut, okay. Wir schauen uns nochmal den hier an, wie der spielt. Oder sie. Müssen wir.